Rainer Maria Rilke Ein Charakter Skizze Gelesen von Lukas Wurm So ein rechter Begräbnistag. Feucht, finster, dickatmig. Der vierspännige Totenwagen rollte schwer über die glatten, runden Pflastersteine, die im Herbstlicht wie kahle Schädel glänzten, und seine Räder furchten tief die grauen, schmutzigen Lachen. Die Knechte der Leichenbestattungsanstalt trollten mürrisch mit den schwelenden Lichtern nebenher. Ihnen folgte die Menge der Leidtragenden. Von den Frauenzimmern zeugte nur eine Dichterei schwarzer Schleier, die sich wie beruste Spinngewebe zwischen dem Leichenknarren und den blanken Zylinderhütten der männlichen Trauergäste ausspannten. Die vorzüglichste Beschäftigung der ganzen tiefgetrübten Gesellschaft war, Kleider und Hosen vor dem aufspritzenden Kot zu hüten. Mit rührender Aufmerksamkeit tappten sie nach denjenigen Steininsen, die am meisten aus der unermesslichen Flut aufragten, und auf so manchem Gesichte stand der wohlwollende Wunsch zu lesen, der Selige hätte besseres Wetter für seine beschwerliche Reise erwarten mögen. Zwei Herren nur, die in der dritten Reihe gingen, unterhielten sich ziemlich rege. An den Minen konnte man ablesen, dass sie menschlich milde Musterung hielten über des Verstorbenen Taten und Erlebnisse. Das endliche Ergebnis schien recht befriedigend. Sie nickten sich zu mit jenem ernsten Blick, der bei leichten Begängnissen und anderen öffentlichen Festlichkeiten das geheime Erkennungszeichen biederer Männer bildet. Dann strich der eine sich die Falten im Gesichte glatt und raunte mit schwerwiegender Bewegung des rechten schwarzen Handschuhs »Ein Charakter«. Der Nachbar fand diesen Ausdruck so treffend, dass er nur imstande war, denselben mit verstärkter Betonung nachzusprechen. »Ein Charakter«. Und jetzt noch einmal der Biedemannsblick. Dabei trat der eine so heftig in eine Pfütze, dass sein Hintermann ein unwilliges Gebrumm vernehmen ließ. Dann sprach keiner von beiden mehr ein Wort. Es ward still. Nur die Räder des Totenwagens knarrten und die getretenen Lachen glucksten leise. Der Charakter war zur Welt gekommen als Sohn eines Mannes von mäßigem Wohlstande. Herr M., der Vater, besaß ein kleines Haus, einen großen Ehebegriff und ein züchtiges Eheweib. Also ziemlich viel. Noch atmete der kleine M. nicht die Kaboll-Luft der Wöchnerinnenstube, als die Frauen, welche der jungen Mutter beistanden, schon untereinander Blicke tauschten und tuschelten. Es wird ein Bub. Sie verfolgten jede Bewegung der Frau, um in immer erregterem Tone ihre Vermutung auszusprechen. Und als endlich auf die brennende Frage, die lebendige, rotbraune, faltige Antwort kam, da war sein Bub. Der kleine M. wuchs und ward wie jeder andere. Es kam die Zeit, da sich seine weichen Vorderfüßchen in eben solche Hände umwandelten und da die Finger dieser Hände nicht mehr auf den Dielen kribbelten, sondern mit Vorliebe sich in Mund und Nase aufhielten. Darauf folgten die Jahre der Christbäume und Schaustellungen. Der Knabe wurde jede Woche ein bis zweimal in die eiskalte Gute Stube gerufen. Dort glotzte man ihn an, betastete ihm Haare, Wangen, Kinn, lehrte ihn feinartig Pfoten erreichen und gegebenenfalls seinen klangvollen Vornamen mit bescheidener Größe aussprechen. Alle Welt fand ihn allerliebst, dem Vater, der Mutter, dem oder jenem Urheim, aus dem Gesicht geschnitten und wenige schieden ohne die erhabene Weissagung. Der Knabe wird sich gewiss auch in der Schule seinerseits sehr brav erweisen. Der Kleine hatte diesen Ausdruck hellseherischer Bewunderung oft genug vernommen und ohne viel Mühe ja, ohne eigentlich dem Bewusstsein seines Erfolges zu kommen, überstand er die Volksschule, kletterte mit rühmenswerter, etwas pedantischer Sicherheit die acht Sprossen der Gymnasialleiter aufwärts und ging dann noch ein Jahr in den Hörsälen der Universität ein und aus, worauf er in der Stille der väterlichen Schreibstube verloren ging. Eines Tages mungelte man, der junge M. werde die Leitung des Geschäfts aus den Händen seines altenden Erzeugers nehmen und kurz darauf geschah's. Der Vater starb bald und der neue Herr wusste das Ansehen des Hauses zu wahren durch strenge Pünktlichkeit und ziemlichen Fleiß. Oft vernahm der unschlüssige Kaufmann aus dem Munde seiner Freunde, dass man sich erzählte, er habe große Unternehmungen vor und staunender Bewunderung voll über den ihm zugeschriebenen Tatendrang, begann er wirklich, so manchen von seinen unterschobenen Plänen auszuführen und so mancher gelang. So ging Jahr um Jahr hin. Die Verwirklichung der ihm vom Gerede der Menge zugesprochenen Absichten hatte seinen Wohlstand bedeutend vergrößert und nichts war natürlicher, als dass die Munkelmänner sich von der bevorstehenden Verlobung Ems manches zuraunten. Das Gerücht kam zu seinen Ohren. Er wandte von da ab, fast unwillkürlich, seine Aufmerksamkeit der bezeichneten Braut zu und in wenigen Wochen rieselte das säuselnde Ja, die Erwählten in den rauschenden Brumbass des jungen Gatten. Er hatte auch diesmal nicht die Erwartung der Leute getäuscht. Er war ja doch ein Charakter. Längere Zeit planten die guten Bürger in Ems Wohn- und Vaterstadt den Bau eines Theaters. Nun weiß jedermann, dass noch kein Bühnenhaus aus gutem Willen, sondern sogar die allereinfachsten wenigstens aus schlechten Brettern errichtet worden sind. Von dem ersten Material besaßen die Leute genug. Zur Beschaffung des Letzteren fehlte das Geld. Die fürsorglichen Stadtväter setzten die gerunzelten Stirnen frühmorgens auf und es wurde übel genug vermerkt, wenn einer das Zeichen ernster Würde abends beim Biertisch aufzubehalten vergaß. Wie ein Frühlingsturm flog da einst das Gerücht durch die Stadt, M. habe beschlossen, das zum Bauer des Musentempels nötige Geld vorzustrecken. Und wie der Lenzwind die Vogelstimmen wachweckt, so rief diese Nachricht allenthalben klangreiches Lob hervor. Eine Abordnung des Stadtrates, das tauige Winterapfelgesicht des Herrn Bürgermeisters an der Spitze, trat wenige Stunden später in die Stube des Gönners. Das Oberhaupt dankte von beständigem Freudegluchsen unterbrochen für das hochherzige Geschenk. M. stand eine Weile ratlos da. Bald aber erriet er den Sinn dieser Freudebezeugung. Ein leichter Schatten zog über seine Stirn. Schon wollte er sich dieser Zumutung erwehren. Dann aber fiel ihm ein, dass er durch diese scheinbare Wankelmütigkeit sich und sein Haus schädigen könne. Und mit sauer, süßem Lächeln nahm er den Kontrakt entgegen, auf welchem eine nicht unbedeutende Summe verzeichnet stand. So wuchs der Ruhm und Ruf Ems von Jahr zu Jahr. Seit man in ihm nun auch den Kunstfreund erkannt hatte, erzählte man bald von dem, bald von jenem einheimischen Talent, das durch Ems hochherzige Unterstützung gefördert worden sei. Nur ein einzig Mal hätte der Charakter die Erwartungen der Leute fast betrogen. Man sprach heimlich von einem freudigen Ereignisse, das im Hause M bevorstehe. Und neugierige Blicke folgten der jungen Frau, sobald sie sich auf der Straße zeigte. Der edle Kaufherr gab sich denn auch alle redliche Mühe, die Menge recht bald zufriedenzustellen. Allein diesmal ward ihm das Glück untreu. Mit unwilligem Staunen stellten die guten Bürgerinnen fest, dass die M noch immer anschließende Jacken trage und dass da nichts los sein könne. Dann tuschelten sie leise und doch vernehmlich genug. Eine Franzensbeiderkur könne nicht schaden. Und siehe da, als Herr M. auch diesmal, wie hätte es anders sein können, die öffentliche Meinung zu der seinigen gemacht hatte, hielt sein Weibchen ganz genau nur die vorgeschriebene Zeit ein, um an die Stelle der anschließenden Jacken einen Radmantel treten zu lassen. Der Charakter war gerettet. Der Ruf des Ehrenmannes M. war bald über die Marken der Stadt gedrungen. Lang sprach man schon von einem Orden. Der bekannte Kaufherr tat jetzt auch die nötigen Schritte, und es ward ihm nicht so schwer, in einigen Monaten mit vollem Knopfloch und leerem Gerede den ergebenen Gratulanten seinen innigen Dank zu sagen. Auf einer winterlichen Geschäftsreise zog sich M. eine heftige Verkühlung zu, die ihn aufs Krankenlager warf. Ein Lungendefekt, von dem sein Arzt schon vor 20 Jahren gefaselt hatte, machte sich jetzt geltend. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Seine Frau besuchte ihn mit zurückhaltender Teilnahme. Der Kranke will Ruhe, pflegte sie zu sagen. Der Kranke will Ruhe, pflegte sie zu sagen, wenn sie im gemütlichen Wohnzimmer neben den von Trost überfließenden Nachbarinnen saß. Eines Morgens wurde der Schwerkranke aus schwülen Fieberträumen durch lärmende Stimmen emporgerissen. Er fuhr auf, starrte ihren Blicks umher und fragte mit matter Stimme die barmherzige Schwester, was das solle. Und als diese schwieg und ihm Ruhe gebot, läutete er seinen alten Diener herbei und stellte ihm dieselbe Frage. Der hielt auch nicht hinterm Berge, kratzte sich den Kopf und polterte. Mein Gott, das dumme Pack sagt alle, weil der Herr ist schon tot. Denen soll's der Teufel ausreden. Und er schlürfte wieder hinaus. Der Fiebernde schaute ihm groß nach. Dann legte er sich auf die linke Seite und schlief ein. Er war eben ein Charakter. Rainer Maria Rilke Geboren am 4. Dezember 1875 in Prag. Gestorben 29. Dezember 1926 im Sanatorium Valmont bei Montreux, Schweiz. Eigentlich René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke war Lyriker deutscher Sprache. Mit seiner in den neuen Gedichten vollendeten, von der bildenden Kunst beeinflussten Dinglyrik gilt er als bedeutender Dichter der literarischen Moderne. Aus Rilkes Werk sind etliche Erzählungen, ein Roman und Aufsätze zu Kunst und Kultur sowie zahlreiche Übersetzungen von Literatur und Lyrik bekannt. Sein umfangreicher Briefwechsel gilt als wichtiger Bestandteil seines literarischen Schaffens. Lebenslauf 1875 bis 1896 Kindheit und Ausbildung Rilke wurde als René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke am 4. Dezember 1875 in Prag geboren, das damals wie ganz Böhmen zu Österreich-Ungarn gehörte. Der Vater Josef Rilke war nach gescheiterter militärischer Karriere Bahnbeamter geworden. Die Familie stammte väterlicherseits aus Türmitz im Soldetenland. Seine Mutter Sophie Fia Enz entstammte einer wohlhabenden Prager Fabrikantenfamilie. Ihre Hoffnungen auf ein vornehmes Leben fand sie in ihrer Ehe nicht erfüllt. 1884 brach die Ehe der Eltern auseinander. Auch das Verhältnis zwischen der Mutter und dem einzigen Sohn war belastet, weil sie den frühen Tod der älteren Tochter nicht verkraftete, die 1874, ein Jahr nach der Eheschließung, geboren wurde und nach einer Woche starb. Aus emotionaler Hilflosigkeit heraus band sie René französisch für der Wiedergeborene an sich und drängte ihn in die Rolle seiner verstorbenen Schwester. Bis zu seinem sechsten Lebensjahr fand sich Rilke so als Mädchen erzogen, frühe Fotografien zeigen ihn mit langem Haar im Kleidchen. Ab 1885 besuchte der dichterisch und zeichnerisch begabte Junge auf Druck der Eltern eine Militär Realschule in St. Pölten zur Vorbereitung auf eine Offizierslaufbahn. Die Zumutungen militärischen Drills und die Erfahrungen einer reinen Männergesellschaft traumatisierten den zarten Knaben nachhaltig. 1891 brach er krankheitshalber seine militärische Ausbildung ab. Daran schloss sich ein Besuch der Handelsakademie Linz an. Doch schon im Mai 1892 musste er Linz wegen einer nicht geduldeten Liebesaffäre mit einem einige Jahre älteren Kindermädchen unfreiwillig verlassen. Damit war nach der militärischen auch eine wirtschaftliche Karriere aussichtslos geworden. Zurück in Prag konnte Rilke sich von 1892 bis 1895 in privatem Unterricht auf die Matura vorbereiten, die er 1895 bestand. Im selben Jahr begann er Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie in Prag zu studieren. Rilke wechselte ab 1896 zur Rechtswissenschaft und setzte seine Studien ab September in München fort. 1897 bis 1902 Entwicklungsjahre Im März 1897 besuchte Rainer Maria Rilke das erste Mal Venedig. Am 12. Mai 1897 traf er in München die weitgereiste intellektuelle und Literarin Lu Andrea Salome und verliebte sich in sie. Auch änderte er seinen Vornamen von René in Rainer, weil Lu Andrea Salome den Namen für einen männlichen Schriftsteller angemessener fand. Die folgende intensive Beziehung mit der älteren und verheirateten Frau dauerte bis 1900 an. Auch nach der Trennung erwies sich Lu Andrea Salome bis an Rilkes Lebensende als seine wichtigste Freundin und Beraterin. Dabei werden ihre psychoanalytischen Kenntnisse und Erfahrungen, die sie sich 1912 1913 bei Sigmund Freud angeeignet hatte, eine erhebliche Rolle gespielt haben. Freud berichtet, dass sie dem Großen im Leben ziemlich hilflosen Dichter Rainer Maria Rilke zugleich Muse und sorgsame Mutter gewesen war. Rilke folgte Lu Andrea Salome im Herbst 1897 nach Berlin und bezog eine Wohnung in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. In Berlin lernte Rilke das Geschwisterpaar Mathilde und Karl Gustav Vollmüller anlässlich einer Lesung Stefan Georgis im Hause des Künstler Ehepaares Sabine und Reinhold Lepsius kennen. 1898 unternahme eine mehrwöchige Reise nach Italien. Rainer Maria Rilke hatte sich im Jahre 1898 mit Heinrich Vogeler während dessen Florenz Aufenthalt angefreundet und kam nun als Gast Vogelers zu Besuch nach Worpswede. In den beiden Jahren darauf besuchte er zweimal Russland. 1899 reiste er mit dem Ehepaar Andreas nach Moskau wo er Leo Tolstoi traf. Von Mai bis August des Jahres 1900 folgte eine zweite Russlandsreise mit Lu Andrea Salome allein nach Moskau und nach St. Petersburg aber auch quer durch das Land und die Wolga hinauf. Auf dieser Reise lernten sie durch Zufall Boris Pasternak kennen, der diese Begegnung in der autobiografischen Erzählung der Schutzbrief beschreibt. Im Herbst 1900 unmittelbar nachdem Lu Andrea Salome den Entschluss gefasst hatte, sich von ihm zu trennen, hielt Rilke sich zu einem längeren Besuch bei Heinrich Vogeler in Worps auf. Vogeler veranstaltete im Weißen Saal seines Barkenhofs sonntägliche Treffen, wo neben Otto Modersohn, Paula Modersohn Becker, der Schriftsteller Karl Hauptmann, auch die Bildhauerin Clara Westhoff verkehrte. Clara Westhoff und Rainer Maria Rilke heirateten im folgenden Frühjahr. Im Dezember 1901 wurde ihre Tochter Ruth geboren. Bereits im Sommer 1902 gab Rilke jedoch die gemeinsame Wohnung auf und reiste nach Paris, um dort eine Monographie über den Bildhauer Auguste Rodin zu verfassen. Die Beziehung zwischen Rilke und Clara Westhoff blieb Zeit seines Lebens bestehen, doch war er nicht der Mensch für ein bürgerliches und ortsgebundenes Familienleben. Gleichzeitig drückten ihn finanzielle Sorgen, die durch Auftragsarbeiten nur mühsam gemildert werden konnten. 1902 bis 1910 die mittlere Schaffensperiode Die erste Pariser Zeit war für Rilke schwierig, da die fremde Großstadt viele Schrecken barg. Diese Erfahrungen hatte Rilke später im ersten Teil seines einzigen Romans die Aufzeichnung des Malte Laurits Brigge gestaltet. Zugleich aber brachte die Begegnung mit der Moderne zahlreiche Anregungen. Rilke setzte sich intensiv zunächst mit den Plastiken Auguste Rodins damit dem Werk des Malers Paul Cezanne auseinander. Mehr und mehr wurde in diesen Jahren Paris zum Hauptwohnsitz des Dichters. Von 1905 bis 1906 war Rilke für acht Monate als Sekretär bei Auguste Rodin angestellt, der ihm gleichzeitig eine idealisierte Vaterfigur war. Das Dienstverhältnis beendete Rodin im Mai 1906 abrupt. Kurz zuvor war Rilkes Vater verstorben. Im selben Jahr lernte Rilke Sidonie Naterna von Broutin kennen, mit der er eine erotisch desinteressierte aber von Eifersucht nicht ungetrübte literarische Freundschaft und einen ausgedehnten Briefwechsel bis zu seinem Tod führte. Nachdem Sidonie Naterna 1913 in Wien den Schriftsteller Karl Kraus kennengelernt hatte, war es Rilke, der sie vor Kraus warnte. Diese Einmischung in eine komplizierte Liebesbeziehung hat er später bereut. Ab 1906 intensivierte sich der Kontakt Rilkes zu Mathilde und Karl Gustav Vollmöller. Zunächst nutzte er in Abwesenheit Mathildes deren Pariser Atelier mehrmals. Gleichzeitig versuchte Rilke anlässlich seiner Italienreise 1907 Vollmöller in dessen Villa in Soran zu besuchen. Erst über Ostern 1908 kam es zum neuerlichen Treffen zwischen Rilke und Vollmöller in Florenz. Rilke war hier für mehrere Tage Gast in Vollmöllers Florentiner Domizil der Renaissance Villa Gilipozino. Anwesend war auch der Schriftsteller Felix Salten sowie das Ehepaar Lepsius. In den folgenden Jahren trafen Rilke und Vollmöller einander mehrfach in Paris. Die wichtigsten dichterischen Erträge der Pariser Zeit waren die neuen Gedichte, der neuen Gedichte anderer Teil, die beiden Requiem Gedichte, sowie der bereits 1904 begonnene und im Jänner 1910 vollendete Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurits Brigge. Für den Leipziger Inselverlag, dessen Leitung Anton Kippenberg 1905 übernommen hatte, wurde Rilke zum wichtigsten zeitgenössischen Autor. Kippenberg erwarb für den Verlag bis 1913 die Rechte an allen bis dahin verfassten Werken Rilkes. 1910 bis 1919 Innere und äußere Umwälzungen Nachdem er die Aufzeichnungen des Malte Laurits Brigge 1910 in Leipzig vollendet hatte, begann für Rilke eine tiefe zwölf Jahre während der Schaffenskrise. Er beschäftigte sich mit Übersetzungen literarischer Werke aus dem Französischen. Auf der Suche nach neuer Inspiration setzte er sich mit klassischen Schriftstellern erstmals auch intensiver mit dem Werk Goethes und mit Shakespeare auseinander. 1912 begann er die Duineser Elegien, die er jedoch erst im Februar 1922 abschließen konnte. Dieser Gedichtzyklus verdankt seinen Namen, dem Aufenthalt Rilkes, auf dem Schloss Duino der Prinzessin Marie von Thurn und Taxis bei Triest in der Zeit von Oktober 1911 bis Mai 1912. 1912 erschien eine Neuausgabe der lyrischen Erzählung Die Weise von Liebe und Tod des Kornets Christoph Rilke als Nummer 1 der Inselbücherei, mit der das Werk hohe Auflagen und ungewöhnliche Popularität erlangen sollte, nachdem es zunächst 1906 von Rilkes Erstem Verlag Axel Juncker recht erfolglos als Liebhaberausgabe herausgebracht worden war. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges überraschte Rilke während eines Deutschlandaufenthaltes. Nach Paris konnte er nicht mehr zurückkehren. Sein dort zurückgelassenen Besitz wurde beschlagnahmt und versteigert. Den größten Teil der Kriegszeit verbrachte Rilke in München. Er wohnte in der Einmiller Straße 34 im Stadtteil Schwabing. Von 1914 bis 1916 hatte er eine stürmische Affäre mit der Malerin Lou Albert Lassar. Die Freundschaft zwischen Rilke und Vollmüller intensivierte sich während des Ersten Weltkriegs, als beide einander auch in Gegenwart von Lou Albert Lassar sowohl in Berlin wie in München trafen. Rilke nutzte Vollmüllers Beziehungen zum deutschen Generalstab, um ihn bei der Fahndung nach einem vermissten Vetter einzusetzen. Wie der unveröffentlichte Briefwechsel ausweist, war Vollmüller erfolgreich und konnte Rilke und dessen Familie mit den gewünschten Informationen versorgen. Anfang 1916 wurde Rilke eingezogen und musste in Wien eine militärische Grundausbildung absolvieren, wo er in der Breitenseer Kaserne stationiert war. Auf Fürsprache einflussreicher Freunde wurde er zur Arbeit ins Kriegsarchiv und Kriegspresse Quartier überstellt und am 9. Juni 1916 aus dem Militärdienst entlassen. Während seines Aufenthalts in Wien wohnte er in der Viktorgasse 5 und in der Gusshaus Straße 9. Die Zeit danach verbrachte er wieder in München, unterbrochen durch seinen Aufenthalt auf Hertha Königsgut Böckel in Westfalen. Das traumatische Erlebnis des Militärdienstes, empfunden auch als eine Wiederholung in der Militärschulzeit erfahrener Schrecken, ließ Rilke als Dichter eine Zeitlang nahezu völlig verstummen. 1919 bis 1926 Das späte Werk Am 11. Juni 1919 reiste Rilke von München in die Schweiz. Äußerer Anlass war eine Vortragseinladung aus Zürich. Eigentlicher Grund aber der Wunsch, den Nachkriegswirren zu entkommen und die so lange unterbrochene Arbeit an den Duineser Elegien wieder Die Suche nach einem geeigneten und bezahlbaren Wohnort erwies sich als sehr schwierig. Rilke lebte unter anderem in Soglio, Luzarno und Berg am Irchel. Erst im Sommer 1921 fand er im Chateau de Musso, einem Schlösschen oberhalb von Siders im Kanton Wallis, eine endgültige Wohnstätte. Im Mai 1922 erwarb Rilkes Mäzen Werner Reinhardt das Gebäude und überließ es dem Dichter mietfrei. In einer intensiven Schaffenszeit vollendete Rilke hier innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Duineser Elegien. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstanden auch die beiden Teile des Gedichtszyklus Sonnette an Orpheus. Beide Dichtungen zählen zu den Höhepunkten in Rilkes Werk. Seit 1923 musste Rilke mit großen gesundheitlichen Beeinträchtigungen kämpfen, die mehrere lange Sanatoriums Aufenthalte nötig machten. Auch der Paris-Aufenthalt von Januar bis August 1925 war ein Versuch, der Krankheit durch Ortswechsel und Änderung der Lebensumstände zu entkommen. Dennoch entstanden auch in den letzten Jahren zwischen 1923 und 1926 noch zahlreiche Einzelgedichte, etwa Gong und Mausoleum und ein umfangreiches lyrisches Werk in französischer Sprache. Im Januar und Februar 1926 schrieb Rilke der Mussolini-Gegnerin Gallerati Scotti drei Briefe nach Mailand, in denen er die Herrschaft Benito Mussolinis lobte und den Faschismus als ein Heilmittel pries. Über die Rolle der Gewalt war Rilke sich dabei nicht im Unklaren. Er war bereit, eine gewisse vorübergehende Gewaltanwendung und Freiheitsberaubung zu akzeptieren. Es gelte auch über Ungerechtigkeiten hinweg zur Aktion zu schreiten. Italien sah er als das einzige Land, dem es gut gehe und das im Aufstieg begriffen sei. Mussolini sei zum Architekten des italienischen Willens geworden, zum Schmied eines neuen Bewusstseins, dessen Flamme sich an einem alten Feuer entzünde. Glückliches Italien rief Rilke aus, während er den Ideen der Freiheit, der Humanität und der Internationale eine scharfe Absage erteilte. Sie seien nichts als Abstraktionen, an denen Europa beinahe zusammengebrochen wäre. Erst kurz vor Rilkes Tod wurde seine Krankheit als Leukämie diagnostiziert, und zwar in einer damals noch wenig bekannten Form. Der Dichter starb am 29. Dezember 1926 im Sanatorium Valmont sur Therrier bei Montreux und wurde am 2. Januar 1927 seinem Wunsch entsprechend in der Nähe seines letzten Wohnorts auf dem Bergfriedhof von Rarons beigesetzt. Auf seinem Grabstein steht der von Rilke selbst verfasste und für den Grabstein ausgewählte Spruch. Rose o reiner Widerspruch Lust niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liedern ein Schlaf